Der Jack Wolfskin Perfect Day Rucksack ist ein perfekter Tagesrucksack. Der Jack Wolfskin Perfect Day hat ein großes Hauptfach. Im geräumigen Reißverschlussvorfach befindet sich ein Organizer mit zwei Einschüben, einem Stifthalter und einem Schlüsselband. Zwei offene Seitentaschen sind mit einem Gummizug ausgestattet und bieten Platz für Trinkflaschen bis 0,7 Liter. Das Modell Perfect Day besitzt das ergonomische Jack Wolfskin Snuggle-Up Tragesystem. Der Rücken ist gut gepolstert. Für den bequemen Sitz sorgen auch die breiten gepolsterten Schultergurte. Zu den weiteren Pluspunkten vom Jack Wolfskin Perfect Day Rucksack gehört seine Aufhängeschlaufe. Der Perfect Day von Jack Wolfskin ist PFC-frei. Für weitere Informationen zum Jack Wolfskin Perfect Day besuche unseren Shop. Den Link findest oben in der Infokarte. Hast du bereits eigene Erfahrungen mit dem Rucksackmodell Perfect Day von Jack Wolfskin gemacht, dann würden wir uns über deine Kommentare sehr freuen. Danke fürs Reinklicken und bis bald. Abonniere unseren Sausbeck Channel, wenn du es noch nicht getan hast und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du uns direkt in unserem Schuhranzen-Online-Shop besuchen oder noch eines unserer Videos ansehen.